Aber das ist ja so toll. Wow. Heute Nuklearsuff mit diesem Süßes. Julie ist kein Süßes, du hältst falsche Richtungen. Django, 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 Django. Oh, Hilfe. Oh nein. Oh Leute. So Leute, es ist tatsächlich passiert. Wir gehen jetzt auf Tour. Ich kann's gar nicht glauben. Fühlt sich irgendwie komisch an, aber es ist so. Geil. Die ganzen Tourdaten. Dieses wunderbare Tour-T-Shirt könnt ihr jetzt im Store holen. Und natürlich dieser Pullover mit heute mit Kotzen. Mit einem Einhorn, was kotzt. Und natürlich Zungen-Hals-Cap. Link ist in der Beschreibung. Ja, wir gehen jetzt nach Bremen heute. Tag eins. NFF. Clubs hold out. Abendkasse gibt. Aber crazy mit Special-Guest-Auftritt. Sag ich einfach noch nicht. Da dann, ne? Ne, Nico Santas. Und ich frag mich nur so. Why you take my love? Nico! Dicker! Moin! Liebe! Ja, ich freu mich. Das war richtig lustig. Ich hör euch zu viel zu, Leute. Hä? Ich hör dir und Lara zu viel zu, deswegen krieg ich noch ein Eck. So, wir sind auf der ersten Raststätte. Ich weiß nicht, wo wir sind. Aber, ähm, ja. Wir sind jetzt so eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde gefahren. Sagt was! Sagt was! Warmmachen. Ja, warmmachen für heute Abend. 15992 Turbo S ohne Roof. Raus. Oh man. So, Wetter ist scheiße in Bremen. Crazy, weil die Tour beginnt so mit so Schnee und so. Und endet ja im Mai. Deswegen. Da wird ja richtig geiles Wetter. Das ist crazy. Guck mal, ich hab mal vor drei Monaten dir so einen Arm gekauft. Du hast ihn noch nie benutzt. Ja, weil ich meine Cam in die Tasche stecken kann. Und du die ganze Zeit mit so einem Dödel in der anderen. Ja, das ist so undankbar. Was ist so undankbar? Was ist so undankbar? Da will ich dir mal was. So, wir sind jetzt im Reddison-Blue-Hotel. Hier ist der ganze Squad drin. Gleich. Dickes, dickes Dankeschön. Sehr cool, dass das klappt. Soll auch auf den anderen Stopps so ein bisschen klappen. Das ist echt sehr, sehr hilfreich. Und schön. Und sie meint, es ist Mario-Day heute. International-Tag des Marios. Okay. Und die hat das Switch bekommen und das Game-Mario-Party und so ein paar Sachen, weil der Film bald rauskommt. Hab ich gesagt, will ich auch haben. Halt's Maul. Boah, ich dachte wir sind jetzt stecken geblieben, Alter. Alter. Dick, was war das? Juuuge. Das ist hier 1,90 hoch, alles. Und das Auto ist 1,85 oder so. Bist du jetzt sozusagen? Seht ihr das schon? Wie eng das hier ist. Was, was, was denn los? Was, was, was denn auch? Bisschen lila Rack. Bisschen lila und mein Kopf. Oh, shit. Das ist eine Ware für ein paar Künste. Er sagt, er muss so fahren, dass es nicht runterfällt. Aber der Appel legt's abbiegen auf. Er muss alle... Rechts abbiegen. Was für rechts abbiegen? Amunakoyah. Amunakoyah. Wo bin ich? Rechts abbiegen. Was für rechts abbiegen? Ich fick diese GPS. Guck, wo bin ich? Ja, aber das Ding ist, ich muss das teilen, wie vier Sekunden von Backstage bis dahin durch die ganze Menge. Wer hat das einmal? Du hast das ein Mal? Ah. Du hast den Morten. Junge. Du hast den Morten. Was für rechts abbiegen? Du hast einen Hörer. Du hast einen Armagedern. Du hast einen Armagedern. Und ich träge nur an dich, baby. Ja. Ich schaue jetzt meine Licht, baby. Ja. Und ich schaue alleine für dich, baby. Ja. Und ich weiß nicht, wer du dich, baby. Der ist eigentlich kein DJ. Eigentlich nicht. Bevor es gleich los geht, müssen wir einmal die Bühne freimachen, damit Cengo auch Platz hat. DJ Hasso hier, Habtibon. Habtibon, Habtibon und Sanko. Ok, jetzt geht's. Wie schon? Ja, ey! DJ Hasso! Hey! Was ist das? Prima, abgebockt! Abgebockt! Hey, Jingu, was machst du eigentlich? Alle, ich bin Pony, ja, so wie Pony, deine Bisch, ja, ist mein Pony, sie macht Spaß, ja, sie hat nur wie Pony, oh, die sind Prima's Gamer! Okay, alle zusammen, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you! Mach mal her, Pony! Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier! Mach mal her, Pony! Mach mal her, Pony! Mach mal her für euch selber! Mach mal her für Laura, Applaus! Mach mal her für Schlachel! Mach mal her für Bacilda! Mach mal her für Julie! Mach mal her für Julie! Und mach mal her für Chang'e Squad! So Leute, der Song hier, den ihr jetzt sofort hört, der ist mit Neusty mit mir, der kommt am 17.03. raus, jetzt diesen Freitag. gespielt, ich will dancen. Und wir haben den live schon mal gespielt, und jetzt seht ihr wie alle abgehörigen sind. Let's go! Drei! 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 Hörst du so wie ein Pony? Yeehaa! Ich hab... So wie Taghi! Juli, hörst du auch? Juli? Was? Unser Pupi hat Verspätung und wir werden wahrscheinlich nicht schaffen. Halt's Maul! Oh mein Gott! Hammerkorn hier! Also er hat eine halbe Stunde Verspätung, wir hätten 15 Minuten zum Umsteigen. Die warten nicht, aber die haben gesagt, der Frankfurter Flughafen hat heute auch sehr viele Verspätungen. Wenn wir Glück haben, könnte unser Flug auch verspätet sein in Frankfurt. Einfach hoffen, dass der andere aufgespätet ist. Wenn wir den nicht kriegen, dann gibt es noch einen Flieger, den wir dann nehmen können um 20.30 Uhr. Dann haben wir keinen Soundcheck. Ich war gestern unterwegs in der Natur, weil ich es liebe. Ganz alleine auf der Wiese. Plötzlich stand da eine Ziege. Eine Fiese. Oh Mann, Digga. Das ist... Gibt's... Gibt's... Frühstück. Frühstück. Jungs. Ey, jetzt hat das... Wir können gar nix mehr... Das sind... Beim Fahren raus. Wir freuen uns auf irgendeine Brötchen oder so. Hahaha. Dannsınız. Ja, naja... Vielen Dank.